Hey Leute, ich bin's wieder, euer Lootboy. Sorry, Stimmbruch hat gekickt. Ja, ich bin wieder da. Und wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen umgeräumt. Und so sieht mein neues Wohnzimmer jetzt aus. Geil, oder? Nice. Aber ihr seid ja nicht wegen meinem Zimmer hier, sondern war das endlich mal wieder Zeit für eine neue Folge. Lootboy kommentiert deine Kommentare. Ja, ja, ich weiß, die letzte Folge ist schon ein bisschen was her. Aber ihr habt mir einfach keine guten Kommentare mehr geschickt. Was soll ich denn machen, Leute? Obwohl wir gerade bei keine guten Kommentare sind. Wenn du in der nächsten Folge mit dabei sein willst, dann schreib doch hier einfach unter diesem Video einen Kommentar. Und vielleicht bist du in der nächsten Folge schon direkt mit dabei. So, dann kommen wir doch direkt zum ersten Kommentar vom sehr, sehr netten Mühlenviertler-Gamer. Hey, Lootboy. Ich bin sauer. Ich habe 20 Euro für Vibats-Böchen ausgegeben und keine Vibats bekommen. Ich dachte, beim 10. Pick bekommt man garantiert Vibats. Ah toll, jetzt habe ich 20 Euro verschwendet. Äh, okay. Okay. Ey, chill doch erstmal und schreib mich nicht so an. Ich kann doch nicht in jedem Pack immer Bugs reinpacken. Es gibt aber ab und zu richtig geile Aktionen, wie zum Beispiel meine Bugs-Bugs-Bugs-Aktion. Da gibt es sogar garantierte Bugs. Und wenn du mir jetzt noch auf meinen Social Media-Kanälen folgst, dann verpasst du auch keine Aktionen mehr. Okay, danke. Und weiter geht es mit dem nächsten Kommentar. Der Abriel Bolakko fragt, ob er 100 Diamanten haben darf. Klar, du darfst 100 Diamanten haben. Habe ich nichts gegen eins zu wenden. Viel Erfolg beim Sammeln. Der nächste Kommentar kommt von Bro Lenny. Kann ich eine 10 Euro PSN haben? Bitte. Ich mache dir ein Angebot, Lenny. Wenn dieses Video 100.000 Likes erreicht, dann kriegst du deine PSN. Hör mal, hast du sie noch alle? Äh, was ist denn jetzt los mit euch? 100.000 Likes sind doch voll leicht zu erreichen. Oder? Daniel schreibt, geiles Video. Danke. Abgehört, ich bekomme eine 10 Euro PSN. Ich weiß zwar nicht, was du so für Sachen hörst, aber wenn du dir weiter Stimmen einbildest, solltest du vielleicht professionelle Hilfe suchen. Gehen wir doch direkt zum nächsten Kommentar. Ada Barkin schreibt, dass er heute Geburtstag hat und möchte, dass ich ihm V-Bucks schenke. Ada, altes Haus, da gibt es doch erstmal ein Ständchen von mir. Happy Birthday to you. Also eigentlich verschenke ich ja echt ungern V-Bucks, weil dann kann ich mir weniger Fortnite-Skins leisten. Aber da du heute Geburtstag hast... Moment mal. Hä, das ist ja schon voll lang her und du hast mich nicht mal eingeladen. Dann gibt es auch kein Geschenk von mir. Und der letzte Kommentar für heute kommt von Happy Wiley und er fragt, Lootboy, bist du happy? Ja, ich bin happy, denn das Video ist zu Ende. Ach ja, eins noch. Hat jemand von euch Lust, in der nächsten Folge die Anmoderation zu übernehmen? Dann lad hier bei YouTube einfach ein nicht gelistetes Video hoch, wo du sagst, Lootboy kommentiert deine Kommentare und schickt mir einen Link dazu per Insta-Privatnachricht. Und vielleicht bist du im nächsten Video schon mit, vielleicht gönne ich euch dafür auch ein paar Diamanten. Okay, das war es dann aber auch jetzt wirklich von mir. Vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr mehr Lootboy kommentiert Videos sehen wollt und hinterlasst mir einen Kommentar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Lootboy.